Wir fahren jetzt an die Medientagen. Jetzt sind wir kurz vor dem ICM. Wir haben eine Auswahl. Das ist die Parkanlage. Und der alte Turm vom Flughafen Rhin. Schaut mal hervor. Ganz ein bisschen. Jetzt geht es einfach. Da hat sich ja auch rot was draus. Jetzt fahrt er hinten. Und dann passt er mir nicht. Da hat er nur ein Scheißgeld. Das hört sich nicht mehr so an. Ja, wir fahren jetzt an die Medientagen kurz. Da sind wir heute einige Entscheidungen noch offen. Bei den Medientagen waren wieder viele Leute da. Gestern war ein Feuerwerk. Schauen wir mal was heute alles ist. Bis zum nächsten Mal.